So Leute, ich bin wieder TauberP und kommt zu einer neuen Folge von Minecraft, wieder mit dem Mini der Mod. So, wir hatten vor, dieses Mal in eine Höhle zu gehen, das werden wir natürlich auch machen jetzt, obwohl da war ja nichts, oder? Genau, wir waren in einer Höhle und da war ja nichts. Deswegen machen wir jetzt auf die Suche zu einer anderen Höhle. So, da hat es ja immer noch alle Ärzte fehlen von dem ersten Mal. Kurz vor der Eingang in die Höhle? Ne. Das brauchen wir nämlich aber Entschuldigt bitte, ich bin auch ein bisschen erkältet Deswegen Ne, ich will nicht auf dem Berg Da ist es nicht so schön, dann in die Höhle hineinzugehen Nirgendwo, das kann nicht wahr sein Da, da oben gehen wir mal gucken Das sieht gut aus Ich fackeln Da mache ich jetzt welche Oh, da ist schon das Skelett Ich hätte ein bisschen Holz noch mitnehmen sollen Boah, yo, Schimmer Das wird mir zu gefährlich hier Scheiße, der Creeper kann ja Licht ab Ne, ein bisschen Holz möchte ich noch gern mit haben Da drüben Das ist glaube ich am dichtesten Ich muss mich noch mal drüben Dann muss ich dich wiederholen Ich muss mich noch mal drüben Ich kann mich noch mitnehmen Ich kann dich doch mal drüben Und jetzt geht wer da rein. Zählt schon. So, den Creeper lassen wir jetzt mal außer Acht. Boah, der hat... Der trifft richtig gut. Oh, jetzt prügelt die sich. Ich helfe dir nicht. Oh, warum müssen hier gleich zwei Creeper sein? Okay. Das Hauptaugenmerk liegt auf Eisen. Hier ist nur Kohle. Nach oben ist, glaube ich, nicht so gut, oder? Was haben wir hier? Mal so ein Kies. Ey, jetzt noch nicht in der gesamten Höhle. Ist einfach gar nichts. Das ist scheiße. Ja, dann nehmen wir noch ein bisschen Kohle mit für neue Fackeln. Dann können wir mal gucken, ob wir noch was finden. Und da oben war noch ein Eingang. Das weiß ich noch. Oder hier. Ich weiß nicht, wie viel da los ist. Oh, boah, hier sind ja richtig viele. Die schießen sich gegenseitig an. Der nicht. Das wird mir zu gefährlich hier. Nein. Scheiße, Alter. Nein, nicht schießen. Nein. Oh, scheiße. So eine Scheiße, echt. Schnell zurück. Ich will, wenn da gar kein Eisen ist, ne? Dann drehe ich richtig durch. Ich will. Start her. Scheiße, jetzt geht auch die Sonne unter. Richtig geil, richtig geil! Kacke, ey. Immerhin erreichen wir das noch vor der Dunkelheit. Sprinten können wir schon mal gar nicht mehr. Gott sei Dank. Alles noch da. Jetzt erstmal sortieren. Amen. 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 So, und jetzt noch mal richtig vorsichtig. Das ist jetzt nicht alles. Das ist die komplette beschissene Höhle. Jetzt ist auch noch Nacht. Es ist richtig cool. So, ich gehe jetzt so lange weiter, bis ich eine Höhle gefunden habe und ein Eisen gefunden habe. So lange, bis die jetzt noch mit mir hier rumlaufen. Ob es euch nur passt oder nicht. Ich glaube, es ist immer noch auf einfach. Keine Ahnung, warum die so stark sind. Das kann doch nicht sein, ey. Irgendwo muss... Okay, Leute, das war's mit der Folge. Gesehen, wir haben eine Höhle gefunden. Beim nächsten Mal werden wir da sein. Ich werde da jetzt hingehen und die Sachen noch holen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Achso, nachher gibt es doch Sims. Das wird ein bisschen... Alter, was ist hier los? Okay, haut rein. Tschüss.